Der ist da, wo der Flammenwerfer... Der ist der Flammenwerfer, wo du gerade warst. Ein Flammenwerfer? Oh, geil! Ein Wohnzimmer oben. Ein Wohnzimmer. Ah, hier ist noch ein Raum. Da ist eine Flinte in diesem Raum. Ja, geil! Dankeschön! Dann haben wir nochmal Flinten-Mumpel-Glieder dazu. Hoffentlich kommt der alte jetzt wieder nie. Und zum Lieben des Spelkers. Ja, ja. Ewig langer Zettel. Ist jetzt egal. Seilig. Wissige Chemikalie. Kraut. Bestimmt vom alten Effekte-Flinte. Ich wusste es nicht mehr genau. Oh, hat doch gereicht. Oben hat... Das Wort oben hat schon gereicht. Doch ein Kraut. Ja, jetzt tut man nicht so angestrengt. So, die Flinte haben wir. So, jetzt gehen wir nochmal hier her. Oh, da passen nur vier Schuss rein. Oh, ne viel. Jetzt haben wir ja für das Ding hier das Ruhen-Panel. Dann machen wir uns nochmal eine Heilung. Man weiß ja nie. Oh, ist schon mal freudiger mit das... Falls du mich brauchst, sag Bescheid. Könnte ein bisschen dauern, bis ich antworten kann, weil am Handy und so... Ja, ja, alles gut. Ich hab die Shotgun und da bin ich schon erstmal glücklich. Okay. Errungenschaft, du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Und Kraut, Schisspulver. Vielleicht gehört der Zoe. Du perverse Schweinchen, du. Das gibt's ja nicht. Klotzt er sich erstmal andere BHs an. Das ist ja ein Ferkel. Defekte Pistole. Nicht damit. Stecken wir mal alles weg. Speichert haben wir. Guck mal hier nochmal. Na gut, der Kühlschrank sieht ein bisschen sauberer aus, aber auch noch ein bisschen. Noch eine antike Münze. Ein Foto. Okay. Für sie ist es zu spät. Noch mal ein Fernseher mit Videorekorder. Mac44. Der Rückschlag... Und hohe Mannstabwirkung. Neun Münzen. Jetzt weiß ich, wozu wir die Münzen brauchen. Aber so viele habe ich nicht. Irgendwelches Geschreibsel. Ja, die machen wir mal wieder zu. Guck mal hier. Steroide. Erhöhen dauerhaft maximale Gesundheit. Nachladegeschwürdigkeit. Braucht man... Na, drei Münzen. Die habe ich. Vielleicht Steroide habe ich. Aber ich will die Knarre haben. Knarre wurde mir besser gefallen. Dann sparen wir mal die Münzen. Bis ich einen neuen habe. Dann holen wir uns die. Jetzt. Komm mal, Telefon. Mit mir will immer noch keiner reden. Arzt, ich war doch gerade am Telefon. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja. Ich höre mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Guck mal, da gucken Leute zu. Huch und Nanu, die guckt im Zug. Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also, wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen? Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Mr. Crowholic, danke für den Follow. Und willkommen. In dem... Team... So, keine Ahnung, wie ich den bezeichnen soll. Einfach fühl dich wohl. Während ich schlimme Dinge tue. Ich tue jetzt Dinge, die ihr nicht nachmachen sollt. Ja, ja, ja. Ich frag mich zwar, warum mich jemand followt, aber... Gut. Ist ja euer Geschmack, nicht meiner. Also, ich persönlich würde mir nicht zugucken. Merke ich ja mal beim Schneiden. Deswegen nehme ich Alerts, die keine Gamer haben. Und das ist so. Okay. Weil wegen hochladen und so, ne? Achso, erreiche ich bald die 50 Follower für... für Affiliate. Irgendwann. Weil ich nicht mal zu faul wäre zum Stream. Ich meine, eigentlich stüme ich nur, weil ich was für YouTube brauche. Aber ich wurde ja aus Gründen überredet. Heute nochmal zu streamen. Warum auch immer. Eigentlich ein anderes Spiel, aber das ist so kacke. Das soll ich nicht spielen. Jedenfalls danke für den Follow. Mach das hier nicht nach und schau weiter zu, wenn du magst. Musst du nie. Weil wir tuten da schon freiwillig. Was ist das hier? Das hier fette River Party oder was? Hat sich der Bengler erst mal einen fetten Club gebaut oder wie? Was ist hier zur Phase? Das alte Haus nach dem Serum durchsuchen. Das alte Haus. Muss ja das da sein. Das sieht aber auch alt aus. Hier ist alles alt und verfallen. Das ist für eine Wegbeschreibung. Schneidet doch mal hier ein bisschen. Wehe, die Gewehre werden nass. Ähm. Warum? Warum einfach? Warum müssen sie immer Puppen sein? Ich hasse Puppen. Oh. Iiii. Iiii. Alter. Iiii. Sieht aus wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer. Ich glaube, der wird hier auch nötig. Oh ja. Ist richtig nötig. Wie geht's? Der muss vor Kammerjäger kommen. Alter. Iiii. Sieht upstairs. Upstairs. Alter. So mach ich das so hoch, wenn ich auf Mückenjagd bin. Nehm ich mir ein Messer und los geht's. Was? Diese Randale hier immer, ey. Was muss das denn sein? Iiii. 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 Ist upstairs. Also da. Wo sie da nur irgendwie hin? Aber wie ist die Frage, ne? Pff. Ich lobe dabei an meinem Flammenwerfer. Was? 8. Februar 1802. Schon ein bisschen her, möchte ich sagen, ne? Wie ist oben? Geh nicht hoch. Ey, 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 ey. Bleib mal friedlich, ihr Mistbiester. Bleib mal schmeidig, ne? Aber hier ist nix. Ohne Flammenwerfer komme ich hier nicht durch. Komm nicht da rüber. Wie komm ich da hin? Alter, will nie ins Wasser. Da ist anscheinend Wasserscholl. Äh. Was ist hier los? Alter, kann er ja wieder hochgehen, ne? Suche das alte Haus, aber... Ja, zum Untersuchen geht grad nicht. Aua, 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 aua. Au, au, au. Bleib mal schmeidig, da war was. Ob ich mir das schnell holen kann? Oh. Also ohne Flammenwerfer wird das nischt. Ey. Bleib mal schmeidig. Kann ich aber irgendwie nicht mitnehmen. Ich glaube, ich muss hier erstmal alles abfackeln, wa? Ach, dann geht's halt auch weiter. Überall diese Insektennester. Die sind überall. Wollt den Kammerhäger. Festbrennstoff. Oh Mann, Dittrich. Hammer nicht. Wollt die Tür schon gar nicht weiter... Aufmachen. Da ist der Gott. Alter, die Arme. Iiii. Mach das nicht zu Hause nach, was ich hier tue. Oh. Brenner Düse. Also haben wir schon mal ein Teilchen. Diesen Kraut. Das uns den Arsch verhaut. Hör mal. Hä? Toll. Mit der Innenmaustaste macht man auch hier den Scheiß, oder was? Ja, super. Klasse. Schon wieder irgendwas. Toll. Zum Heilen ist die Ene Maustaste. Also haben wir das jetzt komplett verschwendet. Au, au, au. Ich geh ja schon, ihr Pissbirn. Aber was sollt ihr für Schmeißfliegen, Ärmer? Was sollt ihr für Mutanten, ey? Sowas wie euch will ich aber nicht in meiner Wohnung. Alter. Karte des Alten Hauses. Danke. Arigato. Schon wieder so ein Schatten-Ding. Nicht. Pistolenmunition. Oh, geil. Das finde ich ja richtig gut. Hier war noch eine flüssige Scheme. Ja, ey. Ja. Brennergriff. Und mein Inventar ist voll. Wieso ist mein Inventar voll? Das finde ich nicht gut, dass das Inventar voll ist. Die können jetzt mehr Objekte tragen. Yay. Jetzt ist mein Inventar nicht mehr voll. Hier ist das Safe Room. Ja. Ich freue mich. Ich wollte die Klappe. Ich kann speichern, hör mal. Weil speichern gut ist. In diesem Spiel jedenfalls. Hier ist es windig. Hier ist es windig. Hier ist das in der Karne. In der Karne shows질 Klappe. Vielen Dank.